Für den maximal einhüllenden Surround Sound mit einer Dolby Atmos Soundbar im eigenen Heimkino sollte man am besten vor dem Kauf einige Dinge beachten und darum geht es im heutigen Video. Wir werden uns also die drei verschiedenen Arten an Soundbars anschauen und auch miteinander vergleichen und ich zeige euch auch die essentiellen Features, die ihr unbedingt braucht, wenn ihr euch für so eine Dolby Atmos Soundbar interessiert. Herzlich Willkommen bei Heimkino Raum. Tja, ist das nicht wunderbar, wenn man in den eigenen vier Wänden so einen richtig kino-authentischen Sound erleben kann mit einhüllenden Surround-Effekten, ja mit Dolby Atmos, also echten Effekten, die sogar von oben kommen und das Ganze ohne Lautsprecher mit einer einzigen Soundbar. Und daran erkennt man eigentlich schon, dass das eine ziemliche Herausforderung ist, für so eine Soundbar dieses Szenario zu erzeugen. Ich kann euch aber beruhigen, wir werden dann gleich im weiteren Verlauf schon noch die eine oder andere Lösung finden, die dem Ideal eines Surround-Systems mit Dolby Atmos schon sehr nahe kommt. Aber zuerst wollen wir uns mal klar werden darüber, was so eine Soundbar denn konkret leisten soll. Damit wir den Sound auch wirklich in vollem Umfang wahrnehmen können, also Objekte, die sich im Raum bewegen, wie zum Beispiel ein Düsenjet, der von links hinten nach rechts vorne über einen drüber fliegt. Ja, da brauchen wir eigentlich eine ganze Batterie an Lautsprechern. Mindestens mal ein 5.1-System, das kennen die meisten von euch. Drei Lautsprecher vorne, zwei Surround-Lautsprecher, die auch wirklich hinter einem sind. Und dann funktioniert das schon gut, dass der Sound zumindest schon mal um uns rum sehr gut funktioniert. On top kommen dann noch die sogenannten Höhen-Lautsprecher, die wir für Dolby Atmos brauchen. Das sind dann zwei oder vier Lautsprecher an der Decke, die den Klang nach unten auf den Zuhörer abgeben. Ja, und dann ist diese Klangkuppel komplett und dann haben wir wirklich den perfekten einhüllenden Surround-Sound mit 3D-Sound. So macht das also am meisten Spaß. Und so eine Soundbar, die muss ja mit einem einzigen Lautsprecher auskommen. Die muss somit die Lautsprecher simulieren, also virtuell in den Raum stellen, auch hinter uns stellen, auch über uns positionieren. Und dafür gibt es die drei folgenden Arten an Soundbars, die dann auch wieder eigene, besondere Technologien verwenden, um eben diesen Surround-Sound zu realisieren. Die klassische Art ist natürlich die normale Soundbar, wie wir sie kennen. Ein Riegel auf das Lowboard gestellt, an die Wand montiert. Und jetzt sollen also diese ganzen Lautsprecher simuliert werden. Das funktioniert nur bedingt. Das ist also die einfachste Art. Lautsprecher, Verstärker, alles drin. Aber die Surround-Effekte, die nimmt man in aller Regel nur bedingt von hinten wahr. Meistens geht das so maximal bis zur Seite. Man hat schon einen gewissen Raum, den man wahrnehmen kann, also eine gewisse Räumlichkeit. Aber es ist noch nicht so richtig 100% einhüllend. Hier gibt es zwei Dinge, auf die man unbedingt achten sollte. Und zwar, zum einen solltet ihr bei Dolby Atmos unbedingt richtige Up-Firing-Lautsprecher haben in der Soundbar. Das heißt, Lautsprecher, die nach oben strahlen, über die Decke zum Zuschauer reflektieren. Am besten sind die auch noch angewinkelt, dass die also nicht einfach vorne am Fernseher an die Decke strahlen, sondern schon in eure Richtung. Dann könnt ihr schon so eine Klangkuppel erzeugen und dann kann das auch schon Spaß machen. Und das Zweite ist, achtet darauf, dass das auch eine gewisse klangliche Güte hat. Denn hier sind die Unterschiede gewaltig. Und ihr braucht einfach, damit ihr Gänsehaut bekommt, ein breites Grinsen, Verstärkerleistung, ihr braucht gute Lautsprecher, ihr braucht eine tolle Software, die auch in der Lage ist, die Lautsprecher an die richtigen Positionen zu virtualisieren. Und das gibt es einfach nicht für 300 Euro. So eine ganz einfache Soundbar, das ist eine tolle Option, wenn ihr euren Fernsehsound aufbessern wollt, aber erwartet von so einer einfachen Lösung kein Kinofeeling. Als Empfehlung hier von meiner Seite für alle Puristen, schaut euch mal eine De Vialet Dion an. Das ist nämlich eine super kompakte Soundbar, die ihr flach vor euren Fernseher legen könnt oder schön flach an die Wand montieren könnt, die unglaublich kraftvoll ist, also richtig viel Power hat, gänzlich ohne Subwoofer auskommt und wirklich spektakuläre Effekte auch in euer Wohnzimmer zaubern kann und eben nur mit diesem kleinen, schlanken Riegel. Sehr beeindruckend. Und was auch sehr beeindruckend ist, das ist die Sennheiser Ambio und die ist für die Leute eigentlich interessant, die sagen, ich möchte ja den maximal räumlichen Effekt haben mit dieser einen Soundbar. Da kommt eine spezielle Technologie zum Einsatz, ein besonderer Virtualizer, der gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt wurde, der schon deutlich über die Grenzen von den typischen Dolby Atmos-Virtualizern hinausgeht und besser in der Lage ist, diese virtuellen Lautsprecher im Raum zu platzieren und somit einfach dafür noch mehr Spaß und noch mehr Räumlichkeit im Kinobetrieb sorgt. Als zweite Variante wird die klassische Soundbar mit zwei zusätzlichen Surround-Lautsprechern ausgestattet. Die können dann sogar akkubetrieben sein, kann man dann nach Bedarf eben aufbauen oder auch direkt angesteckt lassen, wenn man das möchte. Und dann kommt man schon in den Genuss eines noch breiteren Surround-Sounds, weil ja auch gerade die rückwärtigen Lautsprecher weiter auseinander sein können und das sind echte Lautsprecher. Ich höre also tatsächlich ganz klar von hinten was. Und wenn man diese Soundbar und die Surround-Lautsprecher auch richtig wählt, dann haben die auch einen Atmos-Up-Firing-Lautsprecher integriert, der dann wirklich über die Decke reflektiert. Ich komme also in den Genuss von insgesamt vier Höhenkanälen und dann habe ich schon ein ziemlich einhüllendes Klangerlebnis. Allerdings weicht man hier natürlich schon die Idee wieder auf von einer Soundbar, die ja Lautsprecher eigentlich ausschließt. Auch hier eine kleine Empfehlung von meiner Seite, die Sony HT-A7000. Das ist eine Soundbar, die klingt wirklich ordentlich und ihr füllt eben genau diese Kriterien, eingebaute, angewinkelte Dolby Atmos-Speaker auf der Oberseite der Soundbar und eben optional erhältlich die SIR-S5 Surround-Lautsprecher auch mit Up-Firing-Speakern integriert. Das Ganze mit einem Akku ausgestattet, der auch wirklich einen guten langen Film auch durchhält und alternativ kann man die, wie gesagt, direkt am Strom betreiben. Und die dritte Variante, die ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, gar keine Soundbar mehr. Es ist die HT-A9 von Sony. Besteht aus vier einzelnen Wireless-Lautsprechern. Die brauchen nur ein Stromkabel, ansonsten sind sie drahtlos miteinander verbunden. Und ja, das sind natürlich vier Lautsprecher, die ich in den Ecken verteilen kann. So kann ich also ein schönes, breites Surround-Bild erzeugen. Es sind alles Lautsprecher, die mich direkt anstrahlen, aber eben auch noch richtige Lautsprecher integriert haben, die über die Decke für Atmos auf den Zuhörer reflektieren. Und so schafft man sich wirklich eine ganz tolle Klangkuppel. Allerdings eben mit vier Lautsprechern. Und hier sind wir dem Ideal von der Heimkinoanlage, von dem 5.1.4-System beispielsweise, schon relativ nah dran. Da kommt es dann natürlich immer darauf an, was hat man für einen klanglichen Anspruch. Da bin ich natürlich mit der Sony HT-A9 limitiert. Da geht noch sehr viel mehr mit einem klassischen System, mit Verstärkern und Lautsprechern. Aber auch diese Sony HT-A9, genauso wie die anderen Lösungen, die wir vorher gesehen haben, sind einfach zu installieren. Man hat im Handumdrehen einen wirklich beeindruckenden Sound. Es ist also relativ deutlich, je mehr physikalische Lautsprecher im Raum sind, desto immersiver, desto besser und einfacher gelingt eben dieser Kino-authentische Sound in den eigenen vier Wänden. Es geht auch mit guten Ergebnissen, mit minimalistischeren Ansätzen, wie man an den Beispielen hier gesehen hat. Tja, und wenn euch das Ganze noch mehr interessiert, ihr seid herzlich eingeladen unter unten stehendem Link. Da könnt ihr gerne einen Termin im Heimkino-Raum in eurer Nähe vereinbaren. Und dann nehmen wir uns gerne die Zeit und hören uns mal verschiedene Lösungen gemeinsam mit euch an und finden für euren Raum und euer Budget die passende Lösung. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare oder scheut auch nicht zum Hörer zu greifen. Unter dieser Nummer hier erreicht ihr unsere Experten und dann stehen wir euch natürlich mit Rat und Tat zur Seite. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch unseren Online-Shop nutzen. Die Links übrigens zu den genannten Produkten und auch noch zu anderen Empfehlungen, die findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und gefallen und konnte euch vielleicht auch helfen beim Verständnis und der Wahl von so einer Soundbar. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich. Und an der Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Macht es gut. Ciao. Servus. Und auf Wiedersehen.